hallo liebe freunde der zahltagsstrategie ich bin's wieder nils gaiovi eine meldung ging unlängst durch die medien at&t übernimmt time warner und mich hat die frage erreicht was soll man denn jetzt machen wenn man at&t aktien gekauft hat die sind ja seit dem jahres hoch um 15 prozent zurückgekommen und seit der bekanntgabe des großen deals noch mal um zehn prozent gefallen also vorher waren sie um etwa fünf prozent gefallen und nachdem der deal bekannt gegeben wurde fielen sie auf einen rutsch innerhalb weniger tage um mehr als zehn prozent stehen jetzt ungefähr bei 36 37 dollar und im hoch waren sie bei 43 dollar nun diesen deal kann man gut finden oder man kann ihn nicht gut finden aus unternehmerischer sicht macht es sinn denn at&t ist einer der größten betreiber von telefondienstleistungen aber auch von wireless services also von sogenannten drahtlos services wie beispielsweise internet oder funk netze oder mobilfunknetze halt mobiltelefon und was da immer fehlt ist der inhalt den musste man also bisher dazu kaufen beziehungsweise die leute haben die kunden von at&t haben ihre inhalte irgendwo anders gekauft und at&t hat nur daran verdient seine netze zur verfügung zu stellen und dann eben megabyte und gigabyte abzurechnen und in rechnung zu stellen jetzt kauft man also einen der ganz großen content provider nämlich time warner wenn sie also schon mal nachrichten von cnn geguckt haben das ist der fernsehsender einer der fernsehsender der time warner gehört nicht verwechseln mit der kabel fernsehgesellschaft die es auch gibt und die so ähnlich heißt also macht dieser deal sinn aus unternehmerischer sicht macht er sinn was natürlich wie immer ein dorn im auge des at&t aktionärs ist da sind die kaufmännischen gegebenheiten für die übernahme von time warner wird eine prämie auf den aktienkurs bezahlt diese prämie liegt ungefähr bei 16 17 prozent auf den schlusskurs von vor bekanntgabe des deals die time warner aktie ist dadurch natürlich in die höhe geschossen und die at&t aktie ist in die knie gegangen das ist häufig so dass der übernommene im aktienkurs zulegt während der übernehmende im aktienkurs nachgibt was soll man jetzt machen nun der deal wird dazu führen dass sich die anzahl der aktien von at&t von 6,1 milliarden auf ungefähr 7,2 milliarden erhöht das heißt hier wird es eine gewisse verwässerung geben trotzdem wird es auch eine erhöhte dividende geben gerade hat at&t bekannt gegeben dass die dividende von 48 auf 49 cent im quartal erhöht wurde das ist die übliche zwei prozentige steigerung die wir von at&t jahr für jahr in den letzten fünf jahren auch gewohnt sind langfristig betrachtet dürften diese energien aber groß genug sein dass auch das tempo der dividenden steigerungen bei at&t wieder zunimmt aus meiner sicht aber das ist nur meine private und persönliche meinung ist die augenblickliche kursschwäche durchaus eine gelegenheit sich noch einmal ein paar at&t aktien ins depot zu legen vorausgesetzt man hat nicht schon eine riesen position vorausgesetzt man hat das geld übrig und vorausgesetzt man ist auch bereit während dieser phase der unsicherheit und so ein deal kann immer noch platzen eben diese unsicherheit mitzunehmen das ist ja genau auch einer der gründe warum die aktie so unter druck gekommen ist war natürlich alle regulatoren also angefangen von der amerikanischen antimonopol behörde bis hin auch zur europäischen antimonopol behörde angefragt werden müssen ob so ein merger überhaupt zulässig ist überhaupt durchgeht mit den kartellbehörden nun zwar meinen die beiden beteiligten ceos dass es da keine probleme geben wird aber was sollen die auch anderes sagen ich persönlich bin bei at&t schon investiert deswegen also vorsicht meine meinung kann falsch sein meine meinung ist mit sicherheit voreingenommen und auch davon gefärbt dass ich selbst schon aktionär bin ich würde wenn ich heute noch mal die entscheidung zu treffen hätte mir genau anschauen wie die aktie aussieht wie sie sich in zukunft verhält und würde dann schauen was es an nachrichten gibt und vielleicht immer mal wieder 20 oder 30 stücke dazu kaufen oder mich mit einem sehr sehr günstigen put vielleicht ein 33 32 auf die lauer legen und darauf warten dass ich hier irgendwann zum zuge komme damit hat man nach unten noch ein bisschen polster geschaffen und man kann nach und nach ein kleines cashkissen aufbauen so ein polster mit dem man nachher eventuelle kursrückgänge auch besser abfedern kann in diesem sinne ich freue mich wenn sie weitere interessante fragen an mich schicken passen sie auf ihr geld auf und weiterhin ein erfolgreiches investieren wünscht ihnen ihr nils gaiovi